Hallo zusammen zu TonyTV. Heute reagiere ich wieder mal auf den Coaster. Tunnel of Terror. Und ja, ich würde sagen, wir schauen gerade innen. Tönt ihr den Felsgras? Und ja, wir bewerten wieder von 0 bis 10. Und schauen uns die Sachen. Aber es sieht aus, als der eher so viele Mädchen und kleine Buben gebaut ist. Oder sogar eher nur Mädchen. Aber trotzdem noch schön gebaut. Oh, was passiert denn jetzt? Okay, ich nehme das Reto, dass es nur für Frauen ist. Das ist, glaube ich, doch schon auch für die Typen. Wow. Sehr schön auch mit dem Licht hier unten in der Höhlung gearbeitet und so. Ja. 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 Das klingt jetzt gut gemacht. Aber schön beschmückt hat er das Ganze hier. Ja, im Großen und Ganzen würde ich jetzt eine Neunung geben. Weil es ist etwas kurz gebaut. Man hätte es noch etwas länger machen können. Aber die Bahn war an sich sehr gut. Ich habe zuerst gedacht, es kommt eine Weiberbahn. Und nachher ist es dann aber noch recht. Es hat sich gewendet und so. Ich muss sagen, es war gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und ja, wenn ihr mehr Videos seht, könnt ihr auch gerne abonnieren. Daumen nach oben gehen und so. Also tschau zu mir.